Was haltet ihr? Schreibt's in die Kommentare. Geht der wohl die Welt unter? Nein! Doch nicht. Idioten. Hahaha. Die Welt geht nicht unter. Weiß ich nicht. Geht's hier unter? Irgendwann geht's bestimmt mal unter. Ja, bestimmt. Na, wodurch könnte die Welt untergehen? Ich sage einfach mal, eine überaus mächtige Rasse landet auf unserem Planeten und wird uns auslöschen. Fällt mir besser, als wenn man, als wenn nur die Sonne explodieren würde. Ja, aber das dauert ja noch 5 Milliarden Jahre, bis die Sonne explodiert. Na und? Ist mir doch egal. Vorher kommen mehrere Aliens zu uns. Aber am besten so Wesen wie Genomorphs aus den Alienfilmen. Oh ja. Oh ja. Damit's auch wirklich richtig biestig wird. Da hast du wie so ein bisschen Spaß. Ja. Und man kann ausprobieren, ob die Filme was gebracht haben, die man gesehen hat. Also ich bin gut auf Zombie-Apokalypse vorbereitet. Ich auch. Ich habe sehr viele Lehrfilme dazu gesehen. Ich auch. Ganz viele Dokumentationen. Geh drauf, geh drauf. Und in Kombination mit Bear Grylls sind wir auch gut ausgelegt zum Überlegen. So. Verdammt. Das mach ich da erstmal dicht. Das sind mir wieder 2 durchgekommen. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Wir brauchen da jetzt eins. Ich mach das jetzt nur um hier mal dicht zu machen. Das sind jetzt sozusagen die Platzhalter. Oh, er kombiniert Wegpunkte. Cool. Boah. Er hat 2 Perfekte in einer Runde. Er hat schon 2 Perfekte. Boah. Diamant und ein Emerald. Was für ein Lacker ey. Opal. Verarsch mich nicht. Schreib ich nochmal, dass er den Diamanten anklicken kann. Dann kann er sehen, was er braucht, um einen Pink Diamond zu kriegen. Ich kann das nicht schreiben jetzt. Ich auch nicht. Ich muss grad tierisch denken, wie ich das hier weiter baue. Meine Finger sind gebrochen. Ich kann nicht. Gebrochene Finger. Gebrochene Finger. Die Ausrede zählt nicht. Ich breche mir die Finger. Das möchte ich jetzt hier live am Mikrofon hören, bitte. Ja. Das ist jetzt. Ich hab hier keine Stöcker hier. Und meine Special-Effects auch. Ja, haust du mit dem Hammer drauf oder machst du irgendwas anderes? Nein. Hier sind ja auch noch wahrscheinlich Minderjährige dabei, die das hören oder sehen. Fingerbrechen darf man noch als Minderjährige hören. Ja, aber man sollte es nicht nachmachen. Ja, das sagen wir natürlich vorher. Liebe Kinder, wenn ihr jetzt hört, wie färes sich die Finger bricht, macht das nicht nach. So, jetzt sind wir schon auf der sicheren Seite. Du darfst anfangen. Moment, Moment. Jetzt sind wir schon. Oh, 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 oh. Moment. Machen wir gleich. Erstmal Salz dann. Das sehr nett. So kann grad ein paar Vorbereitungen treffen. Kann sofort losgehen. Ich hab ein Jade. Prima, prima. 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 Oh, jetzt hat der Boss. Richtig mal gespannt. Noch mal dicht machen. Das geht eigentlich ganz gut. Er ist schon zur Hälfte down. Er ist gerade mal an Punkt 1. Alter, das schafft er aber schnell. Nicht schlecht. Naja, er hat easy, ne? Naja, gut, aber er spielt das jetzt zum dritten Mal. Er ist Toad-Defense-Profi. Er hat schon wieder einen perfekten. Was zur Hölle hat der für ein Glück? Noch einer! Mein Glück, was ich hatte, hat er jetzt. Er hat einen Emerald, ey. Ich wette, der nimmt nicht den Emerald. Ich wusste es. Er hat seinen Rubin genommen. Wenn der wüsste. Na gut, er kennt die Tauber halt nicht, ne? Das ist halt schade. Oh mein Gott, ich habe einen Stein für einen Tourmalin direkt in der Mitte meines Maces. Jetzt brauche ich nur noch den perfekten Aquamarine. Dann habe ich gewonnen. Naja, er hat drei Anläufen schon. Oh, ich habe meine Dark Emerald. Cool! Direkt in der Mitte. Perfekt. Ja, so minimal in der Mitte. Wahnsinn, supergeil. Oh, ich habe meine Lasten Upgrade jetzt. Weile 27. Kostet noch was Upgrade. 225, ja, da spare ich für. Verdammt, es geht dann dahin. Oh mein Gott, ein perfekter Emerald. Und auch noch in der Mitte. Relativ genau in der Mitte, ja. Beamer hat auch einen Dark Emerald. Was kostet Upgrade? 225, so. Ja. Das wird eine gute Runde, glaube ich. Ich habe sehr viel gut platzierte Steine. Brauche ich nur noch die passenden Upgrades dafür. Nur der Silver stört mich direkt in der Mitte. Oh, jetzt kommen bei John... Achso, das ist er. Na gut, die gehen noch alle kaputt. Wie viel perfekte... Oh. 1, 2, 3, 4. Das ist irre, ne? Und dann auch noch hier ein Topaz und zwei Opale. Das ist eh der Hammer. Der hat das perfekte Runde. Einen von den Opalen kann er zu diesem fiesen Ding upgraden. Den anderen kann er stehen lassen. Ja, genau. Und den anderen lässt er stehen wegen... Wegen Attack Speed. Ja, Attack Speed, genau. Und wenn am besten sind die auch noch nebeneinander. Ich glaube, das deckt sogar. Na, oder? Mir fehlt jetzt ernsthaft. Du wißt, dass der Perfekt Opale beides macht. Der Tech Speed und Dings. Da brauchst du keinen anderen. Nee, aber es gibt diesen einen. Ich weiß nicht, wie er heißt. Der macht noch mehr, der Match. Bleck Opale. Oh, der Boss ist bei mir. Cool. Wie viel Schaden hat er denn gemacht? Da hat keiner drauf geachtet, ne? Oder hat er gar keinen Boss? Er hat ihn getötet. Er hat ihn getötet. Ach so, dann verschuldet ihn. Der richtige Boss, der Schadensboss, kommt da erst bei Welle Einfuhr. Genau. Ganz am Ende. Das ist jetzt immer der Boss, der ihn töten muss. Ich weiß, nur weil bei mir halt Damage steht und bei ihm ist das weg. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Er fällt gerade auf, ich muss meinen Boss töten, sonst bin ich raus. Schwierer Leben verloren, scheiße. Noch 10. Komm, stopp schon, alter. Nein, es kommt doch nicht zum nächsten Punkt. Ah, er ist down. Ah, verdammt, er ist der erste Boss. Jedes, jeden Punkt ein Leben. Und gleich ist er. Oh mein Gott, ich habe drei Perfekt in einer Runde. Was nehme ich? Was nehme ich? Tomalin oder Pink Diamond? Scheiße. Ein Tomalin, keine Frage. Tomalin ist viel wichtiger auf dem Level. Pink Diamond macht Critical. Egal, Tomalin macht AOE. Pink Diamond kriege ich schon noch genug. Verdammt, sag das nicht, ich glaube. Jetzt zuerst verflucht nochmal. Ein Tomalin. Ich habe jetzt erst meine Chance gemaximiert, ey. Verdammt, und jetzt kommt er und ich verliere jetzt. Wer kommt? Schon wieder perfekter Verflug. Was ist denn los heute? Yellow Saphir. Aber leider, total schlecht. Ne, da warte ich noch. Jo, ich bin draußen. Nein. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. Ach, verheeres. Wie denn, ach verheeres, verarsch mich jetzt nicht. Das darf der wohl nicht sein. Oh, der Boss kommt. Oh, der Passwort. Zurücksetzung des Passworts. Echt, dass ich das bekommen? Ein Netz. Ja, irgendwie was hab ich was gekriegt. Ein E-Mail. Reicht besser für mich. Ich hatte selten so eine gute Runde. Uf-33, das ist perfekt. Ja, das ist echt eine mieser Runde. Normalerweise kommt der erste Boss bei mir überhaupt nicht bis zum ersten Punkt. Okay. Ich check das mal gerade. Man hat das. Boah, die sind ja schnell. Boah, ich muss sagen, Can hält sich echt gut. Aber jetzt kommen immer mehr bei ihm durch sein Maze. Es ist mies, dass es hier so viele verschiedene Punkte gibt. Also Startpunkte. Das hätten wir irgendwie besser bauen können, dass jeder gleiche hat. Ja, es geht. Ehrlich? Ja. Ja, super. Geil. Kein Authenticator. Sehr gut. Ja.